Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Es ist wirklich auffällig, dass wir über die linke Seite viel gemacht werden. Jetzt gucke ich ins Zentrum, es ist wieder eins gegen eins. Tobi Wolf konnte dann noch klären mit einer Rasse. Gefährlich, gefährlich. Ja, das ist ein 18. Wurm. Wahnsinn. Und wieder von dem Hüllmann, der da einfach auf der Aktion drauf bleibt, vorne mit der Ball ist. Und dann, ja, wisst ihr, Kramp, ohne Mühe kann er den Ball dann einfach ins Tor rein spielen. Da sehen wir uns nochmal. Konfession. Und ich glaube... Alfred Kaminski, der Vorgänger von Sedat-Gürgen hier in der Barockstadt. Das ist ein Spiel, wo richtig Druck drauf ist. Und jetzt... Irgendwann, ich bin da der Meinung, wenn ich das von hier sehe... Hier im Üblichen, der Verteidiger geht bereit... Also ein Freistoß... Das haben sie vergessen, die ersten Schauern, aber trotzdem fällten sie das Treibauern. Frau Rockstadt hat es in dem Moment nicht geschafft, das Standsum zuzumachen. Heute hat sich so ein bisschen angedeutet, was haben wir? Neunte Minute, zehnte Minute und fünfte, sechste Aktion im, wie gesagt, am Fünf-Meter-Raum. Alexander Scherada ist da, ja, Erika. Er bekommt keinen Zugriff mehr, also die Barockstadt läuft jetzt ein bisschen dem Ball hinterher. Und Worms bekommt immer mehr Sicherheit in ihren Aktionen. Brandgefährlich, brandgefährlich. Die Reinnahme von der Nummer 14. Ich glaube, der Sonderapplaus geht auch wirklich dahingehend, die Zuschauer spüren gerade, dass die Barockstadt ein bisschen hinterher rennt. Und das war jetzt keine überragende Aktion, es war einfach nur eine Willensgeschichte. Eine Willensgeschichte und wie gesagt, ich glaube, die Zuschauer spüren, dass die Mannschaft ein bisschen Unterstützung braucht. Es wird immer noch gefährlich. Immer noch. Eieiei. Ah, wir haben Abseits gewesen, der Linienrichter hat die Fahne oben. Man spielt dann auch im Team an sich wahrscheinlich schon die Unsicherheit, weil dann bleibt Marius Kröschke dann bei der Standard eben mal nicht mit nach vorne. Schieß! 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 Musik Tönstens. Shir 색-Song – Ein ganz, ganz wichtige 3-1-SANCE action. Mit hervorragendem Zweikampf bilanzene Und jetzt passt es! Ja, Glück für die Wormse. Und dann lag der Ball und so. Also ganz schön. So, Leon. Kommt jetzt. Ich muss jetzt sagen, was Leon Kutehorn im Durchschnitt macht. Das muss man denken. Wäre es besser gewesen, hätte er als 5. Wettel an den Probert gezogen. Um ein bisschen vor die Szen zu schützen. Du hast leider recht, muss ich sagen. Der Tor tut ihm wirklich ein bisschen leid. Man wird es in der Wiederholung sicherlich sehen. Er wollte ihn fangen.